Da haben wir hier oben noch ein wichtiges Utensil. Was brauchen wir? Lea, wo bist du hin? Wir können mal um den Wohnwagen gehen. Wir hören im Moment Radio ohne Stromanschluss. Das Ganze läuft autark. Und wie das funktioniert, zeige ich euch, wenn wir auf dem Festival sind. Und damit sind wir auch schon beim wichtigsten Teil von diesem Video angekommen. Es geht also um das Thema Wohnwagen autark umbauen. Grundsätzlich ist es ja so, wenn ich hier so einen Wohnwagen mir gebraucht kaufe, dann ist dieser nicht dafür ausgelegt, irgendwo autark unterwegs zu sein. In der Regel komme ich auf dem Campingplatz an, habe meinen 220 Volt Stromanschluss, stecke den hinten in die Dose ein und dann läuft mein System hier. In dem Fall, wenn ich auf einem Festival bin, ist das nicht so. Hier muss ich dann schauen, wie ich mit Aggregaten oder Solar irgendwie weiterkomme. Das Thema Aggregat auf dem Festival ist schon immer ein Thema, was nicht gern gesehen ist, weil sie doch eine gewisse Geräuschkulisse hinterlassen. Und das Ganze schon nervt, wenn der Nachbar über Nacht wieder sein Aggregat durchlaufen lassen hat. Somit sind wir ja heute zum Glück einen Schritt weiter. Und das Thema war ja auch, oder im Titel von dem Video steht, Autark für 250 Euro. 250 Euro deshalb. Das Ganze geht also schon mal hier mit diesem Ding hier los. So. Jetzt kommen wir hier zu unserem Herzstück, um fünf Tage autark zu sein. Das ist unsere mobile Solaranlage. 80 Watt Leistung. Alle Anschlüsse integriert. Einfach nur aufstellen. Dann schließen wir das hier. Dann haben wir unsere Stromversorgung. Einmal Minus. Halt ruhig mal drauf. Einmal Plus. Hier oben können wir sogar direkt 12 Volt abzapfen. Falls wir hier den Wasserkanister umpumpen wollen, habe ich hier direkt meine 12 Volt Strom. Das sind also jetzt soweit schon mal die zwei Komponenten, die ich mit diesen 250 Euro betitelt habe. Man kann also rechnen, die Solaranlage kostet circa 120 Euro. Ich habe die hier von einem deutschen Hersteller. Das war ein fertiges Modul. Schauen wir uns noch mal im Detail an. Hier kann man also schön die zwei Anschlüsse sehen von dem Solarpanel selbst. Das Ganze ist schon verkabelt. Und dann haben wir hier in der Mitte den Laderegler, der uns davor bewahrt, dass die Batterie sich überlädt oder anfängt zu kochen. Und dann haben wir hier noch gut zwei Meter Kabel dran mit unseren zwei Klemmen. An sich denke ich, top vorbereitet. Und das ganze Teil hier ist aus Aluminium gefertigt. Mit einem gewissen Aufsteller, den ich mir hier so ausklappen kann. Das Ganze steht jetzt auf dem Kopf. Und dann stelle ich mir das so in die Sonne, dass es mir am meisten Leistung bringt. Wenn ich jetzt nicht versuche mit diesem Gerät hier zu kühlen, dafür wird der Strom nicht ausreichen, ist das absolut ausreichend für fünf Tage auf so einem Wochenende klar zu kommen. Und wo ich hier völlig begeistert bin, ist einfach, dass das Ganze eine Tasche hat und ich das somit einfach geschützt transportieren kann. Das ist also jetzt für mich auch eine mobile Lösung, auch ganz bewusst eine mobile Lösung. Es ging mir nicht darum, hier ein perfektes, dauerbewohnbares Tiny House draus zu machen oder sowas in der Art, sondern ich möchte das Ganze schon mobil belassen, um dann auch die Möglichkeit zu haben, wenn ich mal nur mit dem Bus unterwegs bin, ohne Wohnwagen, dass ich dieses Equipment einfach tauschen kann und nehme das mit in mein nächstes Gefährt quasi und muss hier nichts abschrauben oder habe irgendwelche Löcher hinterlassen, wenn ich den Wohnwagen mal verkaufe oder sonstiges. Die übrig gebliebenen 130 Euro sind dann für die Autobatterie sowie die erste kleine 12 Volt Steckdose, die ich mir hier installieren kann. Und ab diesem Teil bin ich ja eigentlich mit jedem Zubehör, was man aus dem Autobereich kennt, her auf der sicheren Seite. Dann kommen wir mal dazu, wie das hier im Wohnwagen weitergeht. Und das hier ist also jetzt bei mir im Kleiderschrank. Hier ist also unser Hauptschalter und wenn die Stromversorgung über 220 Volt läuft, dann kann ich das Ganze hier auf Netzstrom umschalten und der Wohnwagen hat hier quasi eine Verteilung, die auch mit 12 Volt läuft, wo auch die Wasserpumpen drüber laufen. Und wenn ich über Solar arbeite, dann kann ich das hier einfach umschalten auf Notstrom in dem Falle, weil das hier ein Schalter aus der Industrie ist. Aber das auf jeden Fall bewerkstelligt, was ich hier umschalten möchte von der Stromleistung her. Jetzt kann man hier unten drunter noch erkennen, das ist also das Original Netzteil hier von dem Wohnwagen, was leider keine 12 Volt Ladestrom rausbringt. Somit kann ich meine Autobatterie nicht über dieses Gerät laden, sondern kann hier wirklich nur die 12 Volt quasi einspeisen und dann das Ganze weiter über dieses Teil hier verteilen. Und dann habe ich in jedem Fall schon mal die Möglichkeit, dass hier meine Wasserpumpe, wenn ich diese hier anschalte, dann auch läuft. Und das Wasser kommt dann draußen aus dem Wassertank. Was machen wir da? Den Kanister füllen. Und genauso auch das Waschbecken im Badezimmer läuft auch über diese 12 Volt Pumpfunktion. Dann läuft das hier schon mal am Festivalbereich ohne Probleme. Dann habe ich hier weiterhin hier oben sieht man eine 12 Volt Steckdose, Doppelsteckdose in dem Fall. Dann habe ich hier so einen Adapter drin, der mir das Ganze auf USB nochmal vom Strom her etwas runter arbeitet. Und hier kann ich jetzt mein Handy dran anschließen und laden. Und ansonsten habe ich die 12 Volt Steckdose für alle an des üblichen Kfz Geschichten. Hier neben dran zu sehen, meine neueste Errungenschaft. Ein Autoradio, was gleichzeitig direkt vorne die Lautsprecher mit eingebaut hat. Grundsätzlich eigentlich gar kein Problem, sowas zu montieren. Also Beschreibung lesen hat sich erledigt. Wer hier mit klarkommt, kann mir das gerne in die Kommentare schreiben. Zu. So, entweder macht es jetzt bumm oder das Ding geht. Unglaublich. Warum will das nicht? Vielleicht haben ja die Chinesen keine Sicherung da rein gemacht. Den traue ich ja alles zu. Die ist drin und intakt. Aber läuft dann inzwischen auch problemfrei. Dann habe ich hier das nächste Gerät. Das ist also ein Umwandler. Von 12 Volt auf 220 Volt. Dieses Teil ist jetzt nicht dafür geeignet, irgendwie einen Wasserkocher anzuschließen. Dafür ist die Wattzahl einfach zu gering. Aber was problemlos funktioniert ist, dass ich hier ein normales 220 Volt Ladegerät für meine Kamera zum Beispiel einstecke. Und somit auch dieser Akku trotz diesem 220 Volt Anschluss autark geladen werden kann. Funktioniert also problemlos. Und dann haben wir hier noch zusätzlich zwei USB Anschlüsse auch wieder für direkt mit Handy dran zu gehen. Zum Beispiel. Was ich also auch schon gesehen habe ist, dass man diesen Anschluss hier direkt an die 12 Volt Batterie anschließt. Und dann die Zugangsleitung von dem Wohnwagen direkt hier drauf anschließt. Und wenn man innerhalb des Wohnwagens seine ganze Technik auf LED umrüstet, Deckenlampen und Wandlampen, dann kann ich hier sogar mit dem normalen Stromnetz im Wohnwagen weiter arbeiten. Allerdings habe ich dann immer noch keine 12 Volt Steckdose, wie ich die im Wohnwagen eigentlich haben wollte. Deshalb habe ich mich für die Variante entschieden, dass ich hier wirklich Kabel ziehe und meinen eigenen Stromkreis baue. Dann gibt es nach der 12 Volt Steckdose am Radio noch eine weitere. Die liegt hier vorne im Außenbereich. Und an diese gehe ich grundsätzlich hier mit meinem Verteilerkasten. Unser Stromverteiler. Dann haben wir hier eine Dreifachsteckdose. USB-Anschlüsse. Die Dreifachsteckdose können wir sogar schalten. Und dann können wir das Ganze hier unten... Hier unten gibt es einen 12 Volt Anschluss. Und man kann sogar sehen, dass wir jetzt hier 17,4 Volt drauf haben. Ja, schwankt ein bisschen zwischen 14 und 17. Auf jeden Fall haben wir satt Strom. Da ist also auch schon die erste Lichtquelle dran, damit ich also auch abends im Dunkeln sehen kann, wo meine Stecker und Schalter sitzen. Und dann habe ich hier noch eine kleine Lampe. Die gab es hier letztens, ich glaube im Lidl habe ich sie mitgenommen. Die hat sich also wirklich bewährt. Das ganze Teil läuft auch über Solar. Schaltet sich über den Dämmerungsschalter abends selbstständig ein. Und bringt ein recht angenehmes, geringes Licht für ein Vorzelt. Eigentlich eine schicke Lösung und auch ausreichend als Lichtquelle. Das war also unsere Lösung für den Außenbereich. Und hier im Innenbereich nutzen wir eigentlich nur hier diese batteriebetriebenen Lampen. Schön an der Geschichte ist, dass ich das Ganze hier einmal auf Dauerlicht stellen kann. So wie auch auf Bewegungsmelder. Somit habe ich sofort Licht, wenn ich den Wohnwagen betrete. Und es geht auch nach ein paar Sekunden wieder aus, wenn ich rausgehe. So eine haben wir im Badezimmer unter anderem, weil da dauerhaft grundsätzlich das Licht brennen bleibt ansonsten. Das Ganze läuft mit drei kleinen Batterien, die also locker diese fünf Tage aushalten. Und hier im hinteren Bereich ist die normale Lampe für den 220 Volt Betrieb. Und dann haben wir hier noch, das hier ist unser Licht, damit wir wieder nach Hause finden abends. Das sieht etwas witzig aus, hat aber schon irgendwo einen Sinn. Wenn ich auf einem Festival bin, wo ca. 10.000 Leute campen, dann wird es irgendwann schwierig, dass man seinen Wohnwagen oder sein Zelt wiederfindet. Zumal es wenn man mit Kindern unterwegs ist. Und das hier ist dann quasi die Lösung für auf einen Fahnenmast. Wir haben also immer einen 6 Meter Fahnenmast dabei. Und dieses Licht hier oben ist dann auf der Spitze. Gute Vorwerkstaubsaugerkarte. Das ist auch super. Das haben wir ja, wenn man knetet, dann halt so. So, tippt doch. Der ist gut. Professionell. Der ist schon erprobt. Jetzt machen wir die erstmal fest. Und hier können wir jetzt auch unseren Fahnenmast einstecken. Dann können wir den abends hier einstecken bzw. an- und ausschalten hier oben über die Taster. Letztes Jahr habe ich jetzt soweit die Erfahrung gemacht, dass dieses Birnchen, was hier oben drin ist, das ist also eine normale Autobirne, die hat es doch tatsächlich geschafft, mir über Nacht die Batterie leer zu ziehen. Für dieses Jahr habe ich das ganze Leuchtmittel hier getauscht. Für satte ich glaube 12 Euro hat diese ein oder zwei Watt LED Birne jetzt hier gekostet. Das Licht hat die ganze Nacht durchgebrannt und morgens ist unser Radio und sowas immer noch gelaufen. hat sich gelohnt. Also das hier hat sich gelohnt. Dann ist hier noch ein kleiner Motor drin, der diesen Reflektor hier dreht. Aber der braucht so gut wie gar keinen Strom. Soweit so gut. Jetzt kommen wir noch zum Thema Kühlen auf dem Festival. Also Kühlung ist ein ganz großes Thema. Mit 12 Volt einfach nicht zu bewerkstelligen. Ich habe das hier schon probiert mit hier so einer normalen Kühlbox mit 12 Volt Anschluss. Das bringt gar nichts. Das Geld kann man sich sparen. Das ganze funktioniert ja irgendwie über so ein Teilator. Glaube ich heißt dieses Teil. Das ist ein kleines Metallplättchen. Nicht viel größer wie so. Und dieses wirft auf einer Seite Hitze ab und auf einer Seite Kälte. Das ganze Teil ist in diesem Deckel eingebaut. Und diese minimale Kälte, die dieses Teil produziert, schafft es einfach nicht, einen Inhalt von 20 Litern runter zu kühlen. Also was sich bis jetzt am besten bewährt hat, ist zwei Tage vorher. Wir gehen immer hin und frieren anderthalb Liter Wasserflaschen ein. Stilles Wasser, wichtig, damit es nicht platzt im Gefrierschrank. Und anderthalb Liter Wasser komplett durchgefroren ist schon ein guter Kühlakku, der eine gewisse Zeit lang hält. Somit stecke ich mir zwei gefrorene Flaschen in diese Kühlbox mit rein. Und kühle auch alle Lebensmittel, die ich hier drin haben möchte, kühle ich vor. Und dann packe ich das Ganze mit diesen Wasserflaschen da rein. Tag 3, Kühlbox. Wasserflaschen inzwischen geschmolzen. Aber immer noch soweit kühl, ohne nachkühlen bis jetzt. Und dann habe ich noch zusätzlich, wo ich selbst überrascht bin, Jetzt habe ich hier unter der Sitzbank noch so eine Styroporbox. Die ist jetzt gefüllt mit Milch und Bempel. Das Ganze ist Apfelwein mit Cola. Und die habe ich hier eingelegt, vorgekühlt mit zwei gefrorenen Wasserflaschen drin. Die waren selbst nach fünf Tagen noch kühl. Allerdings muss ich sagen, liegt auch daran, erstens mal ist diese Kühlbox unter der Sitzbank dauerhaft im Schatten. Das macht schon mal viel aus und sie wird nicht oft geöffnet. Die sieht etwas schmutzig aus, weil wir die auf einem Festival auch mal gefunden haben. Das war bis jetzt die einzigste Box, die hier unter diese Sitzbank drunter gepasst hat. Wem das alles nicht reicht, es gibt mittlerweile im Handel auch Kühlboxen für 12 Volt Systeme, die mit Kompressor laufen. Die kühlen schon gut runter. Am Wochenende auch mit jemandem gesprochen, der also sagt, wenn ich da morgens vier, fünf Bier rein stelle, dann sind die abends kalt. Allerdings diese Kühlboxen mit Kompressoraggregat dran, da geht es dann los bei 300 Euro und nach oben ist da keine Grenze. Das muss man sich überlegen, ob einem das Wert ist oder ob man hier mit diesen besagten gefrorenen Wasserflaschen klarkommt und dann kein eiskaltes Getränk hat, sondern nur ein normal temperiertes, was nicht gerade die 40 Grad Außentemperatur hat. Jetzt kommen wir nochmal zu der 12 Volt Steckdose, die vorne im Bug direkt bei der Batterie sitzt. Was ich also absolut bewertet habe, ist hier unsere Außenregendusche. Hier haben wir einmal 12 Volt Anschluss und einmal die Pumpe. einmal 12 Volt hier rein und dann eine andere Pumpe in den Kanister und dann haben wir hier An-Aus und einmal Durchschlussmengenregler sogar noch. und schon läuft das Ding. So, Außendusche, Internet, 20 Euro, sollte jeder dabei haben. Dann kommen wir mal zum Thema Kaffee kochen. Also Kaffee kochen im Wohnwagen, mein absoluter Favorit ist hier so eine Expresso Maschine, kennt wahrscheinlich jeder. Der Kaffee kommt hier rein, unten drunter kommt das Wasser und das Ganze wird erhitzt. Der Kaffee kocht durch das Pulver quasi nach oben durch und sammelt sich hier in der Kanne. Der ist ziemlich stark, allerdings auch sehr lecker und wenn man das nicht übertreibt morgens ist das der Beste würde ich mal sagen. Wenn mehr Leute zu Besuch kommen, ist das ziemlich nervig, passt nur eine Tasse rein, dann nehme ich hier diese Bodom Kaffeekanne. Wasser erhitzen grundsätzlich auf Gas, funktioniert am schnellsten und am besten und mit Gasprüfung am Wohnwagen auch überhaupt kein Problem da auf jedem Campingplatz auch unterzukommen, wenn wir über rechtliche Probleme sprechen. Also ohne Gasprüfung bei manchen Campingplätzen doch schon ein Problem. Ja, das war es jetzt soweit hier zu meinem kleinen Fachgespräch Wohnwagen autark. Ich hoffe es hat euch was gebracht. Also hier drin liegen ein paar Jahre Erfahrung, die sich immer wieder ein Stückchen weit verbessert haben. Und jetzt testen wir mal, ob dieses Radio wirklich läuft. Der gute alte Handwerksticks aus der Werkstatt. Die Vögel scheißen vom Himmel und ich schau dabei zu. Also ich denke mal, laut GEMA gehen nicht mehr wie 10 Sekunden. Ja, kommt ja genug Power raus. Läuft. Radio hält. Gut. Dann hör ich mal ohne euch weiter. Und tschüss. Läuft. Däuft. Däuft. Musik Bis zum nächsten Mal.